Okay. Was geschah, wer weiß. Auch ich ging fort. Ich hörte nur, ihr hättet viele getötet. Ich habe niemanden getötet. Manchmal ist es, nehmt es mir nicht übel. Aber ist es ein Vergnügen geworden, Leute zu töten? Nein. Die Salamander, hoffentlich wisst ihr was. Ich weiß, wer weiß es. Was, wer weiß, manchmal nehmt es. Mhm. Ich töte wie in alten Zeiten. So sehr das Schöne war. So, einmal noch. Ach, das ist ein bisschen schlicht. Wollte ich eigentlich nicht sagen, ne? Mein Vibe. Ja, komm her. Okay. Alles klar, die machen wir auch platt. So. Ja. Ach so, würfeln wir. Kann ich ihn jetzt würfeln? Puh, ich will jetzt nicht so viel Geld verlieren. Also, fangen wir mal klein an. Ich habe mein ganzes Geld verloren für eine neue Ausrüstung. Ich habe schon einen Dreier. Das hat er so. Er hat schon eine Straße. Das schaffe ich natürlich nicht. Das kann ich nicht. Die Straße bis 6 ist das höchste. Okay. Wenn er die ganze Zeit Straßen bis 6 hat, dann habe ich ein Problem. Ich habe zwei Paare. Das ist schon mal gut. Er hat ein Paar. Also, nehmen wir das Gebot an und würfeln mit dem Würfel. Schauen, was wir rausbekommen. Er hat nur ein Paar. Ich habe noch nur 6 gewürfelt. Das bringt mir überhaupt nichts. So, was würfelt er? Er geht auf Risiko und schafft es nicht. So, nächste Runde. Naja, würfeln müssen wir ab. So, gegen Rüder Sporn zu würfeln. Ja, ich könnte Risiko machen. Wer das nächste gewinnt, der hat nichts. Ich habe ein Paar. Ich akzeptiere das Gebot in der Höhe. So, also. Wenn ich den, wenn ich hier eine 4 würfle. Ne, das reicht nicht. Das stimmt nicht. Ich muss die 1 würfeln. Ich muss eine 2 würfeln. Ja, ja, eine 2. Komm schon. Scheiße. Ich habe nichts. Scheiße, ich habe... Ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm. Ich habe falsch gewürfelt. Scheiße. Okay. So, ich habe nicht so viel Kohle verloren. Ich will es eigentlich nochmal probieren. Aber was sind jetzt unsere Quests eigentlich? Oh, Elven. Die ganzen Verträge. Hitze des Tages. Ich sollte... Na, bis... Bevor sie nicht noch... Okay. Würfelspiel. Okay. Geralt, ich muss noch ihn besiegen. Ähm... Ich muss... Ich habe Pergament. Hm. Eure Romanze erblüht. Nein. Was jetzt... Sie macht sich bestimmt. Und ich kann sie bitte voll... Sofortwissen zu lassen, was Aras so treibt. Vielleicht bestimmt ein bisschen trüb, was so passiert. Ne. Und ich kann sie bitte... Das könnte sie interessant finden. Mhm. Setz. Danke. Ich schreibe jetzt, glaube ich, einen Brief. Hui. Habe ich einen Brief geschrieben? Geh halt. Geht am besten zum Fischer. Okay. Mach ich. Was ist ein Meisterwerk? Nein, bitte nicht. Und ihr habt das erfüllt. Ne, 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 ne. Äh, ich will noch einmal würfeln, bitte. So, aber richtig. So, gehen wir nochmal zum Fischer dann hoch, ne. So, ich habe... Ein Full House. Es ist, äh, gut. Er hat zwei Paare. Ich habe... Zwei Paare. Ach so. Nehmen wir. Okay, beide zwei Paare. Es wird spannend. Ah, fuck. Immer noch zwei Paare. Was macht er? Er würfelt dann jetzt mal alles. Scheiße. Jetzt kriegt er noch ein Full House. Ich glaube es ja nicht. Fuh, Ritersporn. So, was habe ich gewürfelt. Eins. Es ist schlecht gelaufen. Er hat ein Paar. Ich habe ein Paar. Fuck, Alter. Vielleicht kriege ich ja noch einen Dreier. Vielleicht kriege ich ja noch einen Dreier. Ja, komm. Zwei Paare. Immerhin. Muss nur ein bisschen als er sein. Was kriegt er? 6, 2, 3. Yes. Okay. Würfel. Spürfelwiele, wie wir mal. So, ich habe zwei Paare. Und er kriegt eins, zwei. Er hat drei. Er hat drei gleiche. Ich habe zwei Paare. Ich muss aufs Full House gehen, sonst habe ich verkackt. Komm, komm, komm. Fuck. Leck mich. Ich habe kein Glück. Okay, er würfelt alles. Und kriegt zwei Paare. Warum habe ich jetzt verloren? Ich hatte auch zwei. Ah, wahrscheinlich das höhere gehabt. Shit, Alter. Man. Ich muss gegen ihn gewinnen. Ich will mein Geld wieder haben. Okay, los. So. Mach einfach hier. So. Kann ich hier. Ich darf nichts machen, ne? So. Ich habe zwei Paare. Habe ich schon mal. Und er hat Full House. Ich glaube es ja nicht. Ich gehe aber auch auf Full House. Das ist wenigstens unentschieden. Okay. Jetzt geht es ums Ganze. Junge. Wenn ich diese Runde nicht gewinne. Bin ich am Arsch. Aber sowas von. Fuck. Alter. Okay. Es sind 1700 im Pott. Alter. Das ist eine scheiß Würfelrunde. Ich muss mein Geld wieder haben. Was mit dem Würfel? Ja, Full House. Beim. Beim. Vierer. Ah, fick dich doch. Was soll ich machen? Er hat vier. Oh, Mann. Er würfelt. Er würfelt seine vier. Er würfelt einfach nochmal zwei Sechsen. Ich glaub's das nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich hab massenhaft Kohle verspielt gerade. Massenhaft. Und die hole ich mir jetzt wieder. Verfluchte Scheiße. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Zwei, zwei, drei, vier, fünf. Warum bietet er gleich 500? Ja. So. Ich würfel eine Zwei. Und hoffe auf eine Sechs. Oder eine Eins. Ja, eine Eins ist auch gut. Hab ich die Straight. Einziger Sechstes war okay. Ja. Okay. Eine Runde hab ich schon mal gewonnen. Eine Runde hab ich gewonnen. Ah, Gott. Ich hab dreier Paar. Er hat ein Paar. So. Ich hab mir jetzt mein Geld wieder. Nehme ich jetzt noch nur sechs Würfel. Verfluchte Scheiße. Sechs. Eins und drei. Ich glaub's nicht. Ich bin so ein schlechter Würfler. Ja. Er gewinnt jetzt wieder, oder? Ich hab gewonnen. Ja. Das wurde auch mal Zeit. So. So. Julia will ja auch noch. Komm, machen wir schnell. Ach so. Ich kann mein Zeug verkaufen. Okay. Ja. Krieg ich Geld für. Fünfzig. Wow. Denklich behalten wir mal den. Goldener Siegel drin. Hau mal weg. Was ist das? Buch. Das. Wer? Okay. Golem Mark. Behalten wir. Wer wohl food. Ähm. Was machen wir denn erstmal? So. Lesen wir. Gibt einen neuen Eintrag. 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 Und dann können wir es dem Typen hier in den Hals stecken. So. Bitte schön. Und das haben wir... Ach so. Das Rezept haben wir auch noch nicht gelesen. Ups. So. Das auch noch. Alles klar. So. Jetzt. Gerald. Einmal noch verkaufen schnell. Verkaufen. 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 Ja. Verkaufen auch. Alles klaro. Dankeschön. So gut. Alles klaro. Verkaufen.